hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight mein name ist michael und ich spiele für euch wieder zwei runden survivor und ich habe mich dazu geschlossen mal wieder ganz normalen modus zu spielen also vier generatoren fünf generatoren und vier survivor ein killer ja wir spielen heute mit allen weg sind unterwegs und schon mal wirklich wir bekommen legen wir los heute check back up game michael youtube gehen mich hier wo dort findet ihr mich und lasst gerne einen daumen hoch dafür das video leute und schreibt das in den kommentaren supportet mich zeit mit videos und lasst auch gerne ein kostenlos aber da ist mich mega freuen so dann wollen wir mal gucken wie ich hier so bekommen und ich bin mit meinen üblichen perks unterwegs das zeige ich gleich noch mal aber heute wenn ihr ewig gebergs wünscht schreibt es doch bitte gerne in die kommentar rein ich mache es gerne so wie heißt die kollegin da vorne ich mache es gerne so wie heißt die kollegin da vorne bis baby naja ok auch nicht schlecht michael weit michael weit mit dem spektrum ist gut dann hoffen wir auf den fährt killer fährt survivor so dass es allen spaß macht und ja so muss ich machen also rettere sich vom haken glaube ich meine aufgabe alle leben sie ego kuchen und der killer doos ego genommen bis auf einer schauen wir mal ob wir hier entkommen heute wieder so ein bisschen so wind hört das ist mein ventilator ich brauch das sonst ist mir das zu warm leute so ein bisschen geräusche hat es ist der neue killer es ist der neue killer der letzte nochmal ich weiß die palette einfach wo ich an dem generator gehen würde naja es ist der neue es ist der neue es ist der neue Oh, come on. Ah! Hm. Ja. Soll ich mal schnell heilen? Genau Wegner ist das. Ja. 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 Wir hatten den Ton. Hab ich einen? Komm hier. Oh. Ja. Ja. Im Moment. Ja. Ja. Ah! 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 Wow, jetzt haben wir zwei Gems fertig. Wird erstmal getunnelt. Piss Baby wird getunnelt. Ne, doch nicht. Doch. Oh, das war ja. Oh, come on. also so eine halbe kiste der drinne das ist der werte schön weggetunnel auf jeden fall das war immer Hmm. Oh, zwei Jensen durchgeknallt. Oh, man. Scheiße. Ja, klar, deine Mutter, Junge. Ja, klar. Ja. Das war aber knapp, Junge. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, stimmt, der war weiter, glaube ich, ne? Ja, ich brauche. Ja, ich brauche. Ja, ich brauche. Ja, aber der bringt doch nichts. Der kommt doch... Der weiß doch... Die... Randy läuft da rum. Ja. 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 Ja, super. Gaaaanz toll. Und das schaffe ich jetzt nicht mehr. Dann hat der uns noch fertig gemacht. Wir hatten noch einen Jan über den Zutritt gewesen. Der Oberkracher. Das ist echt lächerlich. Ach Gott, ey. Der Oberkracher. Das bringt doch eh nichts. Ja. Geil. Oh. Oh ja. Nice. Oh ja. Oh ja. Das war's für heute. Ja, wir sind gekommen. Heute? Na, Aufgaben haben wir auch geschafft. So. Also, der Lich heißt das, stimmt. Der Lich. Nicht der Wegner, aber für mich ist das Wegner. So, der Lich. Eine Route schaffen wir noch, Leute. Aber erstmal nehmen wir eine Aufgabe. So, haben wir das hier fertig. Was haben wir da für Aufgaben? Hier haben wir noch eine. Und, ja, das hier. Äh, wir haben nur noch eine, glaube ich, Leute. Ne, da oben ist auch noch einer. Da auch noch und da. Gut, was haben wir hier? Entkommen noch eine Jagd. Eine, was? Entkommen eine Jagd. Okay, das können wir mal versuchen. Oh, was haben wir denn hier? Betäubel oder Blende den Killer einmal. Ist auch okay. Schütztreffer. Okay, 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 okay. Wir werden das mit dem... Erkomme eine Jagd mal. Oh, warte. So. Dann suchen wir uns eine neue Lobby. Schieße von einer. Ist klar, wenn eine Jagd... Okay. Na, direkt schon was gefunden. Na, ein paar Trinkchen hier mal. Ein paar Trinkchen, noch ein paar Blutgute ausgeben. Oh. Okay. Mit du das, eine Mac Thomas. Mit dem Schlüssel. Okay. Ach, wer will denn hier... Ach, zu Kult wegen Farm, Junge. Was ist das denn? Sind doch alle so schlecht, die Kult wegen Farms. Ach, ja. Ach, so, so. Ungerufter da. Fängt ja gut an. Nemesis? Okay. Da komme ich jetzt nicht dran. Da komme ich jetzt nicht dran. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe ja die Nails gefunden. Ja, natürlich, Junge. Mann. Oh, Aufgabe direkt geschafft. Ich muss ja nicht, dass da einer ist. Was ist das denn? Hä? Ja. 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 Wird der sich quitter die Fängen. Ja, ey. Ja. Ja. Wieso benutzen die... Sag mal... Geht's noch? Da sind keine Spritzen mehr da. Eins, zwei noch. Eine gehört mir. Ja. 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 Das wäre egal! Jochen Halsin. ja schön tunnel genau macht weiter kein problem so super Das war's. ja genau nochmal du dir da liegen gelassen für den ich verstehe ich nicht ja dort machst du echt gut du geile sau meine güte das war schon wieder unter du bist so geil sehr gut gemacht ja ja das war eine schnelle runde leute aber das war es auch mit dieser folge ja ich hoffe es hat mir trotzdem gefallen wenn ja dann kommentiert fleißig leute und das bitte leute nicht vergessen daumen hoch da zu lassen wenn ihr euch das video anschaut und es gefällt euch und ja supportet mich bleibt meine videos und das auch gerne kostenlos abo da hat mich echt mega freuen und wünsche euch alle einen schönen tag bis zum nächsten mal euer michael